Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht diesmal um das Thema Alex Afrasiabi. Der gute Dude war ja Hauptmerkmal der Anschuldigung gegenüber Blizzard, dass an der Arbeit frauensexuell belästigt wurden, dass dort eine unangenehme Arbeitskultur herrscht und so weiter und so fort. Es gab während einer Blizzcom einen Raum von ihm, der als Cosby-Suit, also in Anlehnung an Bill Cosby benannt wurde und so weiter und so fort. Also ziemlich viel passiert um den Herren. Was dann herauskam, ist letzten Endes, dass er bereits 2016, ach 2016, 2020 gekündigt wurde seitens Blizzard. Also die wussten sehr wohl von seinem Fall und haben auch dementsprechend wohl nach einer internen Erforschung reagiert. Also dementsprechend war es auch nicht ganz richtig, als Blizzard sagt, die Vorwürfe, die durch diesen Lawsuit gemacht wurden, wären haltlos gewesen. Scheinbar wusste man ja doch, was da los war. Aber auf jeden Fall hieß es dann, es werden einige Anspielungen an Alex Afrasiabi, die im Spiel sind, er war unter anderem Lead Quest Designer, werden rausgenommen. Und ich wusste gar nicht, wie viele das eigentlich sind. Das finde ich so gesehen erstmal ziemlich, ziemlich krass. Wir haben jetzt hier erstmal ein paar offensichtliche. Es gab einen Sturmbind, einen Feldmarschall Afrasiabi. Der ist jetzt Feldmarschall Stonebridge. Also mal gucken, was sie da auf Deutsch nehmen. Dann ist der gute Herr auch noch, das gucken wir uns gleich noch ein bisschen mit an, in jede Menge Items und so weiter involviert. Zum Beispiel, was ich nicht wusste, es gibt einen Drachen vom Roten Drachenschwarm, Lord Afrasastras, der nach ihm benannt wurde. Das Ganze wurde aber mindestens wohl schon so weit gefixt, dass es im Chat Defrestras heißt. Nur über dem Namen heißt er noch Afrasastras. Mal gucken, wann sie das ändern. Dann, was ich wusste, aus irgendeinem Stratholm-Dungeon, es gab Fraz Siabis Tabak und einen NPC namens Fraz Siabi, der auch auf ihn bezogen ist, auf diesen Herrn. Was noch nicht gern wurde, es gibt noch immer Fraz Siabis Briefkasten. Also das wurde noch nicht rausgenommen. Und dann hier, was ich auch zum Beispiel nicht wusste, in 1000 Nadeln beispielsweise, bekommt ihr für eine Quest zum Abschluss das spektakuläre Eis von Foror und Tigule. Ich dachte, das wäre immer irgendwie eine Anspielung an irgendeine Eismarke und wusste nicht welche. Allerdings ist Foror eine Anspielung an einen Charnamen von Alex Afriasabi, den er in, ich glaube, Everquest war es, gespielt hat. Da ist er Foror oder irgendwie sowas. Und daraufhin mit einem anderen Kollegen von Blizzard, der so ähnlich hieß wie Tigule, sind die beiden als Foror und Tigule ins Spiel eingezogen. Und es gab dann auch ein unterzeichnetes Foto von Foror und Tigule und so weiter und so fort. Also richtig viel Zeugs, was ich alles gar nicht wusste. Hier sehen wir nun, es gab eine Fraz Siabis Axt. Fraz Siabi in Stratholm plus Dungeon Pet Challenge heißen jetzt Ezra Grimm. Foror Items have been renamed, also all die Sachen, die mit Foror zu tun hatten. Da gab es nämlich zum Beispiel auch ein Kompendium des Drachenschlachtens und so weiter. Hier ist das unterschriebene Foto von Foror und Tigule. Ah, Tigule ist Jeff Kaplan. Dann fehlt auch schon Afriasabi, das hatten wir schon. Und Afrastas hatten wir schon Path, Stalker, Kariel. Da wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das in irgendeiner Form eine Anspielung auf den Herren ist. Also es ist ziemlich viel. Hier haben wir nochmal, ach, das ist die gleiche Liste. Es ist wahnsinnig viel, was mit ihm zu tun hat. Da ist jetzt Blizzard Stück für Stück dabei, das Ganze rauszunehmen. Weil ich gestern einen Kommentar gelesen hatte auf, wo war es denn? Reddit, glaube ich. Wo jemand geschrieben hat, er findet es bescheuert, dass den Developern ja quasi Andenken im Spiel gesetzt werden. Da muss ich aber mal sagen an der Stelle, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Die Leute entwickeln da dran mit. Du musst ja für jeden einzelnen NPC einen Namen aus dem ziehen. Und für Gegenstände und sonst was. Und wenn da jemand halt mal besonders gut dabei ist in einer hohen Position oder lang dabei ist. Von mir aus können sie auch den Praktikanten eine Anspielung geben. Als kleines Dankeschön für seine Mitarbeit. Ist doch vollkommen gut. Also ich finde es cool, wenn man sagen kann als Mitarbeiter, guck mal, der NPC da, der ist meiner. Sozusagen. Deswegen, das finde ich ganz cool. Ist halt dann halt nur blöd, wenn sowas passiert wie jetzt. Dann hast du ein bisschen Arbeit. Aber ja, mein Gott, das wirst du wahrscheinlich nie ausschließen können. Also schreibt mir eure Meinung zu dem Thema gerne nochmal in die Kommentare. Und damit danke für's Zusehen. Bis zum nächsten Video. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal.